Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind hier heute auf der Linie Vicenza-Treviso. Ihr kennt diese Bahnlinie aus meinem letzten Video aus Treviso. Dort habe ich diese Bahnlinie thematisiert und jetzt sind wir hier auf der Bahnlinie. Wir sind hier noch recht am Anfang, wir sind hier jetzt am Bahnhof Cittadella. Und hier diese Bahnlinie, ich blende es euch ein, die hat sehr viele Abzweigungen, Einzweigungen und so weiter. Es gibt dann auch noch den Bahnhof Castelfranco Veneto, von dort wird dann auch ein extra Video kommen. Denn das ist ein bisschen was Größeres, da ist ein bisschen mehr dabei. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Eben die durchgehende Hauptlinie hier ist diese Vicenza-Castelfranco Veneto-Treviso-Linie. Die führt dann ab Treviso weiter und dort geht es dann eben Richtung Udine, auf die Ponte Bana und Richtung Österreich oder runter Richtung Venedig und Trieste. Hier hinter mir haben wir jetzt einfahren, einen Regionalzug aus Bassano del Grappa. Aus Bassano del Grappa zweigen auch zwei Linien ab. Eine die führt direkt nach Castelfranco Veneto und eine die führt direkt hierher, also Cittadella und dann weiter auf eine andere Linie, welche in Castelfranco Veneto abzweigt und runter nach Padova fährt. Heißt der Rillo fährt jetzt Bassano del Grappa-Padova, aber nicht über Castelfranco Veneto. Die Bremsen sind immer noch so laut von dem scheiß Rock. Nicht über Castelfranco Veneto, sondern über Campo San Piero und hier über Cittadella. Das zeige ich euch alles noch ein bisschen. Auf jeden Fall, das war jetzt der Rillo. Eben das ist jetzt ein Rock und der fährt von Bassano del Grappa nach Padova. Und ihr seht schon, hier ist auch Güterverkehr. Der Güterverkehr ist von der Linie Vicenza-Treviso. Es ist rein theoretisch eine zweigleisige Bahnstrecke und ich weiß jetzt nicht, worauf die Güterzüge hier alle warten. Wir haben hier drei Güterzüge in dem Bahnhof wartend. Hier auf Gleis 5 steht noch einer. Hier gucken wir mal, was passiert. Also ich weiß, ich kenne den Linienplan jetzt nicht so gut. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was der Regionalzug aus Bassano del Grappa, da ist Ende, da gibt es dann noch die Bahnlinie nach Trento, übers Valsogana, da waren wir auch schon ein paar Mal, aber da ist kein Güterverkehr. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, die rangieren. Ah, deshalb ist da auch eine Rangier-Lok dran. Denn wir haben hier auch ein Güter-Terminal, das erklärt einiges. Gut, dann lassen wir die Diskussion. Hier ist ein Güter-Terminal. Ich denke, die Rangier-Lok müsste von Inrail sein, aber das gucken wir danach. Hier dahinter, hier in Cittadella, gibt es zwei Güter-Terminals, beziehungsweise zwei Güter-Annahmen. Das Güter-Terminal hier am Bahnhof ist nur eines. Und eben das ist das hier dahinter. Na, kommt euch das Logo bekannt vor? SBB-CFFF-S? Oh, Hilfe. Auf jeden Fall, Wagen aus der Schweiz. Hier haben wir einen alten Wasserturm. Der Bahnhof ist wunderschön, also wirklich. Dann steht hier noch eine kleine Gleisbaumaschine rum. Und hier haben wir jetzt eben den Regio. Das ist jetzt eben die Bahnlinie in Richtung Castelfranco-Vernetto und Treviso. Da, wo der Güterzug da drin steht, das müsste die Bahnlinie sein. Und geradeaus weiter geht es dann nach Bassano del Grappa. Das sieht jetzt alles noch aus, als wäre es zweigleisig. Richtung Bassano del Grappa müsste die Strecke eingleisig sein. Und nur die nach Treviso ist zweigleisig. Jetzt bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, so gut kenne ich mich hier nicht aus. Ich bin hier einmal durchgefahren, als ich das letzte Mal in Treviso war. Da bin ich nämlich mit einem Regionalzug von Treviso nach Vicenza zurückgefahren. Und dann bin ich hier durch den Bahnhof und habe gesehen, wow, Güter. Und dann dachte ich mir, hier muss ich ein Video machen. Das war ein Diesel. Ein Dieseltriebwagen. Also auf der Bahnlinie Vicenza-Treviso fahren Dieselzüge. Auf einer vollelektrifizierten... Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Vielleicht sehen wir danach noch einen. Auf jeden Fall wird das spannend. So, der Oberleitungsrichtwagen wechselt auf die Bahnlinie nach Bassano. Und wir wechseln jetzt mal kurz die Bahnhofseite, damit ich euch die Loks von den anderen beiden Güterzügen noch zeigen kann. So, hier erleben wir es jetzt. Der Güterzug wurde... Ja, gut, das verstehe ich jetzt nicht. Der Güterzug wurde von dem Güterzug weggepullt. Und jetzt kommt er wieder dran. Oder hat er jetzt einen anderen Wagenpark geholt, der hier jetzt dran muss? Das kann natürlich auch sein. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber... Nee, nee, nee. So schnell ging das nicht. Warte mal. So schnell holt man keinen neuen Güterpark. Ja, ich glaube, die sind jetzt wirklich weg von dem Güterzug und wieder ran. Aber keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall. Italienische alte Bahnhöfe. Ein Thema, welches mir sehr gut gefällt. Guckt euch das mal an. Allein wie breit das hier ist. Einfach wunderschön. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Güterzüge hier stehen und alles blockieren. Weil, das heißt alles blockieren, wir haben immer noch ein Gleis frei. Weil die hier warten, bis die eben entladen und beladen werden. Das ist sogar eine offizielle Merchitalia Rail Shunting Lokomotive. So eine habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Weil in Verona wird immer die von RTC Rail Traction Company verwendet. Und ansonsten habe ich... Nee, ich glaube, so eine habe ich noch nie gesehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was die hier machen. Und zwar hier dahinter. Ich habe jetzt nur nicht gesehen, ob die jetzt vom anderen Zug runter ist. Oder aus dem Depot raus kommt. Ich denke mal aus dem Depot raus. Weil die sieht danach aus, als würde die sich hier vor diesen Güterzug... Ähm... Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr, ne? Also, da dahinter stehen nochmal Güter... Ah, okay. Nee. Dahinter stehen nochmal Güter. Die habe ich vorhin nicht gesehen. Da weiß ich nicht, woher die kommen. Und jetzt kommen hier Wagen weg oder Wagen hinzu. Gucken wir mal. Also ich denke einfach, die kommen hier mit Zügen an, welche hier dann einfach teilweise Wagen entfernt bekommen, die hier dann untergestellt werden oder auf anderen Güterzügen drauf kommen. Neue Güterzüge werden geladen. Ich finde die Lackierung schön. Also wenn man ganz gut hinhört, dann hat der ein Lack-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton. Das ist ein bisschen den Sound eines Triebwagens, der gerade anfährt. Aber ohne ein bisschen. Ja, das sind von der Baureihenbezeichnung her die gleichen, die RTC in Verona Portavesco verwendet. Also in Verona zum Rumrangieren. Rein theoretisch sind es die gleichen. Ich mag diese Lackierung, denn die sieht ein bisschen aus wie eine Frecciagento. Und wer weiß, ja, wer sich hier auskennt, der weiß, dass es Frecciagento in Italien nicht mehr so wirklich gibt. Zumindest in Norditalien. Jetzt seht ihr hier den Bahnhof auch mal. So, hier habt ihr es. Diesel. Das ist ein Diesel-Minuetto. Das ist kein Elektro-Minuetto. Der hat keinen Stromabnehmer oben. Der fährt jetzt von Vicenza nach Treviso. Regionalzug. Und, ja, der fährt jetzt eben Richtung Kassel-Franco-Veneto. Und von dort dann eben weiter nach Treviso. Und ich weiß nicht, ich bin mit dem durchgefahren. Ich weiß nicht wo, der irgendwo keine Stromstrecke mehr hat. Rein theoretisch nirgendwo. Vielleicht, weil früher hier nicht elektrifiziert war. Vielleicht haben die bis heute noch kein neues Rollmaterial für diese Verbindung. So, keine Sorge, ich gehe gleich wieder rüber. Dann ist es auch ein bisschen leiser. Ich warte jetzt nur, bis der Güterzug abfährt, weil da jetzt Personal auch drauf ist. Wegen den Gleisen, weil die weiß sind. Meistens eben nur die durchgehenden Hauptgleise, weil dort A, höhere Geschwindigkeit drauf ist. Und B, alle Gleise weiß zu streichen, wäre ein bisschen teilweise Verschwendung, teilweise einfach zu viel. Deshalb machen die das nur auf den Hauptgleisen meistens. Es gibt auch Nebengleise, die weiß sind. So. Die Rangiermaschine, die war mal eben kippen holen. Ich weiß nicht, was die... Nein, also... Vorhin war doch die Rangiermaschine in unsere Richtung. Wie kann die denn jetzt auf der anderen... Wo haben die gedreht? Also, was möglich ist. Die sind in den nächsten Bahnhof. In Richtung Campo San Pietro. Die sind da hin, vielleicht. Das ist... Könnte man in der Zeit schaffen. Haben dort gedreht. Weil auf offener Strecke wüsste ich jetzt keinen Bahnhof, der mehrgleisig ist. Die sind alle nur zweigleisig ohne Wendemöglichkeit für die Maschine. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht genau, wo die das wann wie gemacht haben. Aber naja, warum machen die das? Da dahinter sind auch noch Gleiche. Mama, warum machen die das? Da dahinter sind auch noch Gleise. Die sind über die Gleise hier nicht befahrbar. Anscheinend über die Gleisweiche dahinter auch nicht. Dementsprechend müssen die einmal hier runter. Dann verstehe ich auch, warum die die Rangiermaschine gewechselt haben. Denn die darf nicht gefangen bleiben. Die muss danach ja noch Action machen. Die muss danach ja noch weiterarbeiten. Und sonst wäre die gefangen, wenn die nur in diese Richtung raus kann. Und dann eben hier am Güterzug sitzen würde. Dementsprechend sitzt sie jetzt am anderen Ende. Ich weiß nicht. Also sie kann bis nach Vicenza gefahren sein. Dort das Manöver gemacht haben. Wobei ich nicht wüsste, wo. Beziehungsweise bis die mal da sind. Und dann hinten am Skalo. Keine Ahnung. Vielleicht haben die auch nur gewartet, bis der Regionalzug durch ist. Es kann sein, dass die auf die offene Strecke sind. Und dass es da eine Wendemöglichkeit gibt, die ich nicht auf dem Schirm habe. Und dass die einfach gewartet haben, bis die Strecke clean ist. Und das jetzt so machen. Das wäre für mich aber ein bisschen... Also ich hätte das noch nie gesehen, dass außerhalb eines Bahnhofes so rangiert wird. Auf offener Strecke. Aber du, es ist möglich. Wir sind hier in Italien. Jetzt verstehe ich auch, warum der Güterzug hinter uns immer noch wartet. Eben weil der hier ja seinen Weg kreuzt. Das ist jetzt spannend. Ich würde gerne wissen, wo der sich gedreht hat. So, gerade die Kamera runtergestellt. In dem Moment höre ich sie losfahren. Endlich fährt sie. Jetzt gehen wir dann auch rüber. E494 Merchitalia Rail mit offener Tür in Richtung Vicenza. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und jetzt sieht man nochmal er fährt rechts rüber jetzt weiß ich aber nicht mehr genau von wo die rangiermaschine kam aber ich glaube die kam auch eher von rechts nach rechts geht jetzt richtung vicenza und links richtung padova über campo san piero so ich bin jetzt zwei stationen weiter richtung castel franco veneto beziehungsweise eine station vor castel franco veneto ja und jetzt rollt jetzt haben wir es halb eins circa hier fahren alles nur diese diesel regios es fahren plötzlich auch beiden gleisen züge durch ich bin ausgestiegen habe hinter mich geschaut hinter den zug und sah dort schon in der ferne lichter nach ich mir schon da wird doch was kommen jetzt bin ich schnell auf dieses gleis aber muss man nur hoffen dass der zug hier schneller da ist ja der sieht aber nicht gerade schnell aus ihr seht ja gar nichts der sieht aber nicht gerade schnell aus dementsprechend müssen wir hoffen so und ihr seht unter dem signal ein fahrtrichtungsanzeiger es wundert mich nur für was weil hier gibt es ja nicht so viele richtungen beziehungsweise ja dann im bahnhof drin die abzweigung aber gut hinten habt ihr gesehen einen bahnübergang der ist jetzt wieder offen ist ja auch recht praktisch die wollte ich mal als wir im friuli waren in ponte bar auf der ponte bana bahn da wollte ich diese lok denn ich habe mal in einem video gesehen dass die dort auch fährt und dann dachte ich mir geil die will ich haben oceanogate vectron also ich saß vorhin im regio diese zehn minuten und auch am bahnhof vorhin und dachte mir kommt die ganze zeit nichts seitdem ich hier bin eineinhalb stunden nichts fast zwei stunden schlimm 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 dann dachte ich mir auch so was wird denn das ob sich hier lohnt noch mal auszusteigen und dann wollte ich schon bis castel franco oder noch weiter fahren weil das war die richtige entscheidung jetzt noch mal raus zu gehen vor allem wenn ich diese lokomotive sehe eine e652 merge italia rail noch in der alten lackierung richtung wie chenzer beziehungsweise richtung a ich weiß jetzt nicht was a für eine richtung ist ich probiere es euch danach rauszufinden das habe ich wieder gute laune also ich vermute die werden obwohl wenn a steht dann denke ich nicht dass die in chiesadella halt machen um die diesellok zu entkuppeln naja mal gucken hier haben wir ein industrieanzweig der endet hier und geht dann unten beim bahnübergang in die aktive linie und der geht ebenso rein in richtung wie chenzer und hier enden eben diese beiden stumpf gleise die dies dieser anschluss hat und hier stehen dann auch vorne standen zwei klitzekleine lokomotiven rum die sieht man hier nicht so wirklich so jetzt passiert da hier gerade den bahnübergang und die schranken sind wieder offen perfekt so hier habt ihr den beweis es braucht den diesel nicht auf dieser linie regional zug von vicenza nach treviso centrale treviso ja es ist jetzt ein etr 104 ein pop und kein diesel sondern ganz normaler also es gibt kein diesel davon aber ja also es ist mir jetzt ein äußerstes vergnügen dass man den hier jetzt auch sieht ich finde schön ähm weil es mal was anderes ist und was schöneres als der minuetto aber es ist verwundernd also was der hier macht ich weiß nicht ähm zudem der nächste zu kommt erst in einer halben stunde und vorhin oder immer noch ich habe es gerade nicht gesehen warten leute auf gleis 1 es sind so drei leute auf gleis 1 gewesen die sind da nicht rüber ähm vorhin war auch einer mit dem fahrrad und äh generell ganz viele leute die einfach über die gleise gehen also es scheint hier ja da haben wir es das normalste der welt zu sein über die gleise zu spazieren in dem moment wo ich es gesagt habe macht das meine gute vorhin als ich ankam war ich übrigens auch an der letzten tür und dann habe ich einen beobachtet der halt ausgestiegen ist und nicht in richtung äh unterführung ging sondern eben hinter den zug und dann hinter den zug die gleise überschritt und dann hierher ist also das ist hier meine güte nicht gut so jetzt eben ja von hier aus sieht man es nicht so gut aber wir können mal gucken ob wir dann lichter sehen von einem zug der potenziell hinter diesen regio sein könnte aber bis jetzt sehe ich noch gar nichts so nach etwas gewartet kam dann doch eine durchsage gleis 2 heißt hinter dem regio jetzt wundert es mich umso mehr wenn hier dann doch so guter verkehr ist also viel ist es nicht aber es ist nicht nichts warum dann vorhin wahrscheinlich wirklich nur weil es mittag war ähm ja ich weiß nicht also italien hat irgendwas mit zwischen zehn elf zwölf uhr küterzüge fahren zu lassen so ich glaube das ist einer von der txl oder von lokomotion mit dieser adlu aber ich glaube das txl ja das war dann doch lokomotion vorne die sich noch im ablu design befindende vectron und hinten dran 189 die lokomotiven haben wir auch auf dem brenner sehr schön den zug an sich haben wir nicht am brenner aber der ist auch mal wieder länger also ja muss man gucken dass man längere züge hat eben zwei lokomotiven sogar der könnte jetzt sogar über die bonte bana bis nach österreich raus kommen oder er fährt halt an irgendeinen hafen so der nächste regio kommt der hatte start schwierigkeiten der ist mit plus 20 minuten aus treviso gestartet ich hoffe das passiert mit meinem regio nicht danach ist dann übrigens der pop mit den ich in einer stunde weiter fahre denn ich habe in vicenza nur zehn minuten umsteigezeit das muss ich hinbekommen sonst ist es blöd naja auf jeden fall hier haben wir jetzt wieder einen minuetto und der fährt erst von treviso nach vicenza mit eben diesen mittlerweile hat er nur noch mehr 15 also der hat hier aufgeholt das ist generell geil hier in italien wenn man wirklich durch die flachebene cruised was man hier tut dann kann man wirklich teilweise mit 100 ja 130 140 fahren und das mehrere kilometer übrigens konnte ich nicht herausfinden für was dieses a am zielanzeiger ist es gibt keine folgende ortschaft mit a es gibt nach vicenza also nach dem bahnhof wo sich die linie einfädelt einen bahnhof mit a aber ich glaube da ist irgendeine bezeichnung keine ahnung also es muss damit zusammenhängen dass wir im folgebahnhof beziehungsweise es ist noch eine haltestelle dazwischen und im bahnhof danach citadella wo wir ja waren diese auseinander gehung dieser linie ist es ist dann weder badora das ende der nächsten linie noch campo san piero also c das ist es auch nicht also ich weiß nicht was da was da abgeht bei den kleinen bahnhöfen wunderts mich immer so viele leute steigen hier aus gut jetzt haben wir schule schulende dementsprechend noch mal mehr logisch dass hier die leute alle aussteigen aber vorhin haben auch einige gewartet hier also das tolle anzüge mit verspätung in italien sind die züge sehr anfällig lange an bahnhöfen zu stehen wenn sie planmäßig sind ich weiß nicht woran das genau liegt aber mich nervt es immer als fahrender und wenn die verspätung haben das merkt man immer bei uns am regionalexpress auf der brennerbahn da geben die immer ordentlich gas und die bleiben oft nicht mehr als 20 sekunden stehen so kurz vor meinem regio haben wir hier noch eine zugdurchfahrt also mein regio kommt aus der anderen richtung aber trotzdem sehr schön e4 12 mergi talia rail in der neuen lackierung so 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 ich bin jetzt noch in verona beim umsteigen es ist ganz knapp geworden aber ich habe hier noch einen zug gefunden und zwar den orient express der fährt jetzt aktuell immer über kiasso also nicht mehr über den brenner dementsprechend sehen wir ihn nicht mehr aber der hat diese tti 402b lokalität lokomotiven vorne dran also normale intercity lokomotiven aber in dieser tti lackierung wovon ich euch im kalalzo video erzählt habe mit dem sonderzug eben und der fährt jetzt richtung venedig und die loks zeige ich euch jetzt der kam ich vermute einfache garnitur oder doppel garnitur aus mailand an das hier ist eben die loks das ist sie die ist mega und hier drüben rangiert gerade die zweite ich vermute mal die packen die jetzt an hinterer seite des zuges damit sie dann in venedig wieder nach hinten raus kann aber eben das ist die lackierung es ist schon wieder regen in verona das letzte mal hatten wir das noch auch falls ihr euch bekannt vorkommt die lehnt an alte lackierung die soll eben diese treno storico dieser historischen züge ein bisschen hervorheben und eben deshalb hat die so eine lackierung die an alte trenitalia fs züge erinnert und dementsprechend sieht die auch so aus klar es ist jetzt nicht das schönste aber es ist ein gedanke dahinter so jetzt ist gerade die fretscher neben uns ein bisschen laut oder was auch immer das ist und jetzt wird sie eben rangiert wow vom glück hatte die etwas verspätung als sie also weil ich auch verspätung hatte sonst wäre das diese gegangen aber wir hatten halt beide verspätung deshalb ist für mich knapp ja aber die haben halt auch verspätung daran geht es an die hintere seite das werde ich jetzt nicht alles mit filmen können die abfahrt wenn sie so langsam weitermachen werde ich auch mitbekommen so jetzt habe ich noch mal kurz zeit meine güte neu lackiert sieht man auch hier vorne haben wir es dann drauf das logo treni turistici italiani wird aber trotzdem noch vor trainitalia services gehangen denn der orient express ist aktuell noch trainitalian und somit würde ich sagen vielen dank fürs zusehen wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann macht's gut und ciao wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder